Heute ist der siebzehnte, der dritte Advent. Machen uns heute auch drei Lichtlein an. Ich bin schon ganz gespannt. Ich musste mich zurückhalten, hier nicht rein zu gucken, weil hier ist nur eine Klammer dran. Da hätte man die ganze Zeit so schön reingucken können. Sehr schön. Das ist aus unserem Kreativset. Vermutlich ist hier eine kleine Erklärung dabei. Weihnachtsfreude, weihnachtliche Rosetten. Sogar mit einer YouTube-Anleitung. Das ist ja auch schön. Ich habe tatsächlich solche Dinger noch nicht gekauft. Ich habe die schon oft gesehen bei Stamping Up. Ach, wie schön. Aber ich habe dieses Set noch nicht gekauft. Umso mehr freue ich mich, dass ich das jetzt im Adventskalender hatte. Freude. Ferry und Mary. Kann man das überhaupt erkennen? So kann man das, glaube ich, ein bisschen sehen. Da unten ist Freude. Da unten ist Freude. Sehr schön. Noch ein bisschen Band dazu. Zum Dekorieren. Und diese tollen Dinger. Und diese tollen Dinger. Kann man dann schön wieder zusammenkleben. Und dann kann man da noch was draufkleben. Zum Beispiel. Na ja, machen wir das mal so. Erst diesen hier. Sieht schon aus wie so eine Pferdebelohnung. Wie heißen die denn? Weiß es nicht. Dann vielleicht noch so eins. Geht schon, ne? Zwei Handgriffe. Tolle Sache. Mag ich gerne. Drei von diesen Dingern drin. Supi. Freue ich mich sehr. Und schon der dritte Advent. Eine Woche noch. Dann ist schon Weihnachten. Ist das nicht krass? Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Nun ja. Also einen schönen dritten Advent für euch. Und dann bis morgen.